Ihr Zuhause in den Bergen von der Müls. Das Viersterne Superior Hotel der Mülser Hof ist genau das und noch vieles mehr. Familie Klauser und ihr Team führen das Hotel mit viel Leidenschaft und achten ganz genau darauf, dass sich jeder Gast wohlfühlt und wirklich fast wie zu Hause fühlt. Schon beim Eintritt in das Haus merkt man, dass hier auf jedes Detail geachtet wird. Ein großzügiger Empfangsbereich, eine gemütliche Lounge, alles wunderbar hergerichtet in einer guten Mischung von traditionellen und modernen Elementen. Sehr angenehm ist übrigens auch die hauseigene Tiefgarage, Auto abschneiden ist somit passé. Nach dem Einchecken geht's ins Zimmer und auch hier steht alles bereit, um den Alltag sofort hinter einem zu lassen. Jedes Zimmer strahlt ein gewisses Gefühl von Wärme aus, genauso wie es sein soll. Denn wie heißt es so schön, zuhause ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Und dieses positive Gefühl beim ersten Eintreten ist doch schon ein Garant für einen tollen Aufenthalt. Wenn man sich dann untertags auf den Pisten Intermühls ausgetobt hat, ist ein Abstecher in den Spa und Wellnessbereich genau das Richtige zur Erholung. Luva Fair heißt dieser Luft, Wasser, Feuer und Erde. Alle Elemente finden sich in den Räumen wieder. Egal ob klassische Sauna, Dampfbad, Infrarot-Wärmekabine oder einfach Zurücklehnen im Raum der Stille, das pure und reine Gefühl der Entspannung wird durch den traumhaften Ausblick auf die Bergkulisse noch verstärkt. Genau diesen Blick hat man auch, wenn man im Hallenbad seine Runden im Wasser dreht. Von dort aus geht es dann noch in den Spa-Bereich, zum Beispiel für eine gemütliche Massage. Für die ganz Aktiven steht dann auch noch ein eigener Fitnessraum zur Verfügung. Allgemein merkt man im Damülserhof, dass sich die Familie Klauser wirklich Gedanken darüber gemacht hat, den Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt zu bescheren. Also ich glaube, wir sind Gastgeber aus Leidenschaft. Wir machen das, was wir tun, gerne. Mit Liebe, mit Herz, mit Leidenschaft. Und ich glaube auch, dass das die Gäste spüren. Wir haben sehr viele Stammgäste, aber auch Leute das erste Mal herkommen und wenn sie reinkommen, man spürt einfach dieses Familiäre, dieses Überschaubare. Wir sind ein gutes Team, wir haben ein gutes Team an unserer Seite, das ist natürlich auch wichtig. Also unsere Familie ist sehr, wir arbeiten sehr eng miteinander, aber auch unsere Mitarbeiter sind ein ganz wichtiger Faktor. Und ich glaube, dass das die Leute spüren einfach, dass wir in der Beziehung einfach, ich sage, einfach ein bisschen anders sind. Da steckt einfach viel Herzblut drinnen, viel Leidenschaft drinnen und ich denke, das ist unsere große Stärke. In der Küche hat der Juniorchef des Hauses mittlerweile die Geschicke des Vaters übernommen. Auf höchstem Niveau und mit viel Gespür werden hier die unterschiedlichsten Gerichte gezaubert und man weiß ganz genau, woher die Zutaten kommen. Regionale und qualitativ hochwertige Produkte werden verarbeitet und das schmeckt man auch. Serviert werden die kreativen Speisen im wunderbaren Restaurantbereich. Auch hier herrscht eine heimelige und alpine Atmosphäre und dies alles trägt dazu bei, dass der Genuss im Vordergrund steht. Alles in allem ist der Damülserhof eine wirkliche Gefühlsoase. Man fühlt sich einfach wohl und geborgen. Die Herzlichkeit der Gastgeberfamilie ist dann noch das sogenannte Tüpfelchen auf dem I. Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit den Menschen, die dem Leben einen Sinn geben. Und diese Verbindungen zur Familie Klauser und dem Damülserhof möchte man auf keinen Fall mehr missen.